Unsere App fragt Walfred. Mit der App kann man das Ozeaneum erkunden, den Rundgang, um genau zu sein, mit einem Schweinswal. Und zwar heißt der Walfred. Mit Schweinswal Walfred kann man auf die Suche nach virtuellen Heringen gehen. Und er erzählt einem dann ganz viele spannende Dinge über das Museum. Wir haben auch wirklich versucht, das Ozeaneum als Gast zu erleben und zu gucken, was sind die Schwierigkeiten, was sind die Herausforderungen für einen Gast in dem Haus. Bisher ist die Resonanz sehr gut. Wir sind überrascht, dass so viele Dinge, die wir uns vorab überlegt haben, tatsächlich auch aufgehen. Also dieser Schnitzeljagd-Charakter zum Beispiel, dass man auf die Suche nach den virtuellen Heringen im Ozeaneum geht. Das klappt gut. Ich wünsche mir von der App, dass die Besuchenden dadurch einen Mehrwert natürlich haben bei ihrem Besuch, bei ihrem Museumsbesuch. Und dass sich ihre Orientierung im Haus verbessert und dass sie viele spannende Inhalte mitbekommen, gerade auch Blicke hinter die Kulissen, was man jetzt in den Ausstellungen vielleicht nicht so erfahren kann. Das würde ich mir wünschen. Vielen Dank.